Hallo Freunde des selbst erzeugten Stroms. Diesen Generator habe ich mir besorgt, weil es nicht nur ein einfacher Notstromer ist, sondern wirklich ein sehr intelligenter Stromerzeuger. Darin ist ein Inverter, nicht nur ein ganz normaler Stromerzeuger, außerdem hat er die ATS-Funktion und die ist ganz wichtig, um das Teil smart in meine Solaranlage einbauen zu lassen. Also ich kann dann über die verschiedenen Steuerelemente, die man so hat, ein Victron, Servo oder Venus oder Raspberry Pi oder Arduino oder viele andere Möglichkeiten, gibt es, um so einen Generator zu starten. Natürlich auch noch viel, viel professionellere und weniger DIY-Möglichkeiten gibt es da. Ja, ihr seht mich hier beim Aufbau und Auspacken des Generators. Na, natürlich kommt der in einer Transportverpackung, die war bei mir ein bisschen beschädigt, aber war nicht schlimm, denn drumherum war überall nochmal Schaumstoff um den Generator und somit konnte da also wirklich nichts passieren. Die Montage selber ist sehr einfach, also da gibt es alles dazu geliefert vom Werkzeug her. Zwei Maulschlüssel mit den verschiedenen Größen für die Verschraubungen und die Muttern und damit kann man das Teil wirklich in Minuten schneller aufbauen. Also die Räder, die Stützen und diese Halter sind schnell montiert. Insgesamt war es dann sehr einfach, das Bedieneroberfeld ist selbsterklärend, es gibt noch ein paar Sticker dazu, worauf man achten soll. Natürlich muss man Benzin nachfüllen und den Ölstand muss man überprüfen, also die Dinger werden ohne Flüssigkeiten ausgeliefert. Man muss natürlich Öl nachfüllen, das ist alles sehr einfach und ging auch sehr schnell und natürlich muss man auf die Sachen achten, dass man mit dem Öl nicht kleckert und so weiter. Das ist auch alles in einem Handbuch beschrieben, das Handbuch selber ist sehr, sehr übersichtlich und ist auch in einem guten Deutsch beschrieben und sehr übersichtlich. Man kann hier alles nochmal genau nachlesen, was man hier für Steckdosen, welche Steckelemente und welche Sachen, ja, Schutzeinrichtungen da verbaut sind. Natürlich auch, wie man es anschließen muss, in vielen Sachen, wie man es richtig verwendet, wie man es nicht verwenden sollte, ganz wichtig. Und zu guter Letzt ist auch noch ein Schaltplan dabei. Jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, wie man sowas liest, der weiß natürlich, so einen Schaltplan kann man dann auslesen, um die ATS-Funktion, die PIN-Belegung zum Beispiel herauszufinden, um ihn dann entsprechend anzusteuern, sodass er startet, wenn man es benötigt und dass er ausschaltet, wenn man ihn nicht mehr benötigt. Das habe ich alles schon mal gezeigt in einem Video, gern verlinke ich euch das Video. Und wen das interessiert, der sollte sich das auf jeden Fall anschauen, denn als Notstromer oder halt für das Tal der Tränen, wenn die Sonne nicht so sehr scheint, dann ist es natürlich eine tolle Option, um so einen Generator in die Solaranlage einzubinden. Ja, im Prinzip Benzin auffüllen, Öl auffüllen, dann den Ölhahn aufdrehen und einfach mal versuchen zu starten, das habe ich auch gemacht. Natürlich sollte man das Ding entsprechend vorher erden und mit einem Erdungskabel und dem Eisenstab von etwa 2 Metern, sagen sie, in die Erde gerammt. Steht alles in der Bedienungsanleitung, wie man es machen soll. Ja, kann man sich dann dementsprechend durchlesen, ist auch, denke ich mal, für jedermann so wichtig. Ich werde es natürlich bei mir an den Erdungsstab sowieso anschließen, damit ich dann sorgfältig arbeiten kann. Bei diesem Beispiel seht ihr mich hier mit der Kettensäge, kurz nach dem Start. Der war sehr lustig, weil es noch Luft im Benzinschlauch war und da gab es ein paar Fehlzündungen scheinbar. Aber letztlich er lief dann und diese Leistung von dem Generator ist wirklich ausreichend für eine Kettensäge, seht ihr, und gleichzeitig noch eine Powerstation beladen. Man könnte jetzt auch alternativ ein Elektroauto und vielleicht noch eine Powerstation beladen. Also das ist schon mehr als üblich aus der Steckdose und dafür gibt es auch die große 32 Ampere Steckdose, aber natürlich auch die normale 16 Ampere Steckdose. Getestet von mir, aber wenn es noch weiter gehen sollte, habt ihr da auch noch eine große Steckdose. Also wirklich sehr nice von der Bedieneroberfläche und sehr einfach verbaut. Die Räder sind leicht gewesen dran zu bauen und danach ist es wirklich auch sehr einfach das Teil zu handeln und somit auch fast für jede Anwendung Outdoor oder halt im Garten geeignet, auch Baustelle. Bei weiteren Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn es Feedback auf den Generator gibt. Ich denke, der ist sehr hochwertig. Für mich war jetzt sehr überzeugend der ATS-Anschluss, weil so kann ich ihn oder jeder Solateur, der vielleicht doch nicht 100% autark von seinem Solarstrom ist, kann das als Notstromfunktion mit einbinden in die Software, die schon vorhanden ist. Und ja, das ist natürlich toll. So eine weitere Komponente für ein bisschen Sicherheit. Wer weiß, was demnächst passiert, wenn die Kohlekraftwerke abgestellt werden. Okay, insofern Vorbereitung schadet ja nichts. Ich denke, können wir alle mal drüber nachdenken. Natürlich, dementsprechend, wer die Möglichkeiten hat. In einer Mietwohnung auf dem Balkon kann man sowas nicht verwenden. Das, denke ich mal, ist natürlich logisch. So, wen das Video gefallen hat, den bitte ich natürlich nochmal den Daumen nach oben zu drücken und vielleicht auch einen Kommentar dazulassen. Bei Fragen sowieso immer gerne in die Kommentare. Ich werde die zeitnah beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer YouTuber Lars sagt Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit. Ich werde die Aufmerksamkeit. Ich werde die Aufmerksamkeit. Ich werde die Aufmerksamkeit. Ich werde mich noch kurz. Ich werde die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020